Im Mai 2008 fand ein Besuch von jungen Menschen aus Kiryat Atta Israel in der Jugendkunstschule Atrium in ihrem Partnerbezirk Berlin-Reinickendorf statt. Mein Name ist Lutz Linke und ich bin der Head of the Youth Arts School. Ich möchte mit euch alle anderen, die jetzt arbeiten. Mein Name ist Lutz Linke und ich bin der Universität. Elina Strohmeier, Julia Ostwald und Anja Mesa. Wir machen zwei Workshops in der Hansen und es wäre gut, wenn ihr ein bisschen verbrechtet habt. Wir machen uns sehr glücklich. Wir haben uns ein paar Worte darauf gemacht. Wir machen uns das heute mit einem Zeitpunkt. Wir machen uns die Verbrechung und die Verbrechung und diese Hühnerin. Ich weiß nicht, dass Sie sich die Nage? Sie sind Lina? Sie? 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 Es gab insgesamt zwei Tanzwerkstätten. In jeder Tanzwerkstatt wurde eine Choreografie für eine Präsentation im Atrium vorbereitet. Am Ende ihres Besuchs gab es noch zwei große Präsentationen im Fontanhaus. Ihre Pausen verbrachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Literaturcafé und im Innenhof des Atrium. Das ist ein sehr schönes Einzelnen. Musik Neben ihren Tanzwerkstätten besichtigten sie die Sehenswürdigkeiten von Berlin. Musik 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 Wir haben schon viele gemeinsame wunderbare Stunden hier in Reinigendorf erlebt. Musik 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 Deswegen begrüße ich ganz herzlich Sie, aber ich begrüße auch den Gegenpart ganz herzlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Atriums an ihrer Spitze, Herrn Wienke, der dafür gesorgt hat, dass dieses Festival auch zu einem echten Festival, zu einem Kunstgenuss wird. Musik Israel beherbergt sehr viele Kulturen, das ist ein Einwandererland, wo sehr viele Nationen zusammenkommen und dort auch ihre Kulturen mit einbringen. Und davon werden wir heute hier einen guten Teil sehen. Ich möchte Ihnen sehr vielen Dank für Ihre wunderbare Hospitalität in Berlin, für eine langfristige Partnerschaft mit Kiriat ATA. Mein Name ist Itzek Adrian, ich bin der Lehrerin von der Community Center in Kiriat ATA. Der Lehrerin hat eine Idee und eine Vision für uns zu kommen in Berlin mit einem Kulturen-Kulturen-Danzmann. Er hat ein bisschen Zeit für die wunderbare Idee zu erreichen. Und in spite of all die Herausforderungen, hier sind wir. Wir sind glücklich, dass Sie Ihre Gäste haben. Wir haben nicht nur eine Gruppe, sondern vier. Wir sind glücklich, dass Sie die Gäste haben. Wir sind glücklich, dass Sie die Gäste haben. Und wir haben hier das große goldene Buch des Bezirks. Und wir dürfen deswegen die Delegation bitten, sich einzutragen. Schrag. 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 Der Schiff beim Nachdenken in der Israelitese Shalom, Shalom, Shalom an Israelit Inhoi, im Ruhschi, lebe Shalom, Shalom an Israelit Shalom, Shalom, Shalom an Israelit Inhoi, im Ruhschi, lebe Schalom an Israel, Schalom an Israel, Schalom an Israel. Schalom an Israel.